Ne, es ist jetzt sowieso ein anderer Tag. Es ist Tag Nummer 40 und damit hallo und herzlich willkommen zum täglichen Unterbrechungsrhythmus unseres Mini-Roboters. Oh, die Blogs sind dann auch wieder da. Ja, haben wir es langsam? Oder? Was denn? Ja, weiß ich nicht. Der war jetzt gerade irgendwas am Reden und wieder irgendwas am Sagen, wo ich jetzt wieder nicht drauf geachtet habe, was er gesagt hat, weil er mich ja jetzt hier unterbrochen hat. Und ich bin hier gerade alle Sachen am Hin- und Herschieben, damit hier nichts runterfällt. Ach, Mann. Aber zu mir hat er jetzt nichts gesagt mehr. Doch, er hat gerade noch was gequatscht. So, ich wollte eigentlich ja heute das seltsame Gebäude untersuchen. Dummerweise ist der Epi immer noch nicht da. Ich komm doch. Wo ist denn der her? Dann warte ich mal eben, bis der Epi da ist und dann legen wir direkt los. Hörst du mich jetzt? Ja. Bist du schon da? Ich bin jetzt da, aber ich verstehe dann immer nicht, was man mit dem Solarding machen kann, weil der nämlich gesagt, ich hätte keine Rezepte. Einfach so. Wie mit dem Solarding, der sagt, du hast keine Rezepte. Hä? Achso, steht das jetzt endlich? Hast du denn auch die Barren hier vorne ins Haut? Nee, hast du nicht reingekommen. So viele haben wir nicht. Wir haben nur noch einen Barren. Oh, wir brauchen immer noch drei Barren, damit das Haus endlich, damit wir die ganzen Passiveffekte kriegen da vorne. Und eine Errungenschaft natürlich. Na komm, lass uns mal zum seltsamen Bauwerk gehen. Warte mal, können wir noch Honigflaschen, Samen, Pflanzen, oder? Das zeigt er uns gar nicht an. Also schon. Komm mal. Äh, ja, ach, nee, wir haben aber, doch, da hinten habe ich was weggesaugt. Da könnten wir theoretisch noch was reinmachen. Das ist aber was anderes. Oh, die Lumi-Dinger, die müssen wir auch noch reintun. Nein, das habe ich jetzt gedrückt. Also ich habe hier hinten... Saug hier mal kurz das Unkraut weg, bitte. Hier. Ist das der Sauber? Ja. Sagt doch, dass ich immer... Oh! Okay. Das war nicht meine Absicht, aber das sah geil aus. Aber warum geben sie nicht? Saug mal bitte das Unkraut weg. Okay, zack, direkt erst mal drei Felder nackt gemacht. Oh Gott. Aber da könnten wir noch diese neuen Sachen pflanzen. Die habe ich jetzt... Ja, Honig habe ich hier vorne gemacht. Ich habe hier nochmal die restlichen Zweige rein. gemacht, aber pass auf, dass sie nicht verdorren. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen, wenn wir wieder zurückkommen spätestens. Das müssen wir jetzt machen, bevor wir losgehen. Weil es, wie gesagt, sehr sonnig ist heute. Ja, müsste ich, ne? Ja, dann fang mal links an, aber schnell, weil ich wollte mich jetzt los. Ja, aber was meckerst du mich jetzt an? Jetzt hilf doch mal mit. Ich bin ja die ganze Zeit am Einpflanzen. Wie soll ich denn gleichzeitig auch noch bewässern? Ach so. Auf meiner Seite, auf der linken Seite anfangen mit bewässern. Weil das sind die wichtigen, das sind die neuen. Hier oder was? Das ist rechts immer. Nein, bei mir ist das nicht rechts, bei mir ist das vorne. Ei, ei, ei. So, dann machen wir das nämlich nochmal eben ganz schnell. Die sollten irgendeine Sachen auf dem Feld rum. Ja, das verstehe ich nicht. Das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Oder jetzt so gesehen in einer anderen Folge. Dass der neuerdings hin und wieder auch mal welche daneben haut, obwohl du das Feld am Visiert hast. Und die liegen dann da drauf und ich kann die nicht aufheben mehr. Ach, guck bei dir die vier Felder auf deiner Seite. Weil das sind die, wie heißen die nochmal? Die Stacheldinger oder? Die so hochgewachsene meine ich. Dabberzweig. Nein, die daneben. Ach so die? Kroma, Kroma irgendwas. Der Mais ist das. Der ist fertig. Nee, die sind noch nicht fertig, die brauchen noch einen Tag. Die wollte ich ja eben schon freudigerweise einsammeln. Und dann habe ich festgestellt, dass die noch nicht fertig sind. Ja, so ist das. Man hat wieder alles verplant heute. Und was muss man machen? Das Feld. Das ist... Es ist lästig, aber was will man machen? Nein! Nicht abreisen! Ich wollte doch noch was verkaufen! Du blödes Arsch, du! Ach komm! Bin ich sauer. Wieso hast du das nicht direkt gemacht? Ja, ich habe nicht mitbekommen, dass der da war, weil ich die ganze Zeit hier die Dinger reingehauen habe. Vielen Dank dafür! Danke! Haben wir hier noch ein bisschen Platz drin, dann kann ich die da wenigstens noch reintun. So. Wer hat eigentlich diesen scheiß Baum hier hingepflanzt? Ich glaube, das war der Epi. Mhm. Den hinterm Schuppen, den habe ich gelassen, weil das schön aussah. Aber den mittendrin, das war definitiv von dir. Ja, ich wollte mal gucken, was da rauskommt. Und da hat er einfach so einen Baum hingeknallt. Mhm. Komm mit! Nein, ich muss erst die Sachen einsammeln. Ich bin jetzt... Dann brauchen wir noch eine Kiste irgendwie. Zweite von rechts, da ist noch ein bisschen Platz. Die große. Da passt nix rein. Hat's vergessen. Dann habe ich den Platz jetzt vollgemacht. Da war auf jeden Fall eben noch ein bisschen Platz. Jetzt ist schon wieder die Sonne am Untergehen. Das kann doch nicht sein. Du hast gerade mal ein bisschen bewässert. Och, Leute. Das geht mir so auf den Senkel, ganz ehrlich. Der Tag ist gerade angebrochen und schon ist der Tag wieder weg. Dann kommt auch dein Händler vielleicht bald wieder. Bist du da? Nee. Warte, ich komm mal. So, das ist genau hier in der Ecke. Für diejenigen, die es selber suchen. Und wir dürfen das jetzt wieder im Dunkeln machen. Yay! Wie ich mich darauf freue. Da, oder? Doch, oder? Da, wo du jetzt läufst, schon. Meep, meep. Das ist auch so, ob du Pistole im Anschlag hast. Äh, der sieht so ein bisschen aus wie Alien. Wir hätten die sechs Filme nicht gucken dürfen. Jetzt habe ich Angst. Ich habe keine Munition. Oh. Oh. Ich glaube, hier bricht alles zusammen. Hallo? Warum ist die Tür so? Ist das ein Schleuse? Hallo? Warum wolltest du jetzt hier reingehen? Ich wollte mal gucken. Warte mal, das ist die Tür, die leuchtet. So, machen wir mal da hin. Die geht auch nur auf. Ich glaube, die anderen sind nicht mit Strom versorgt, oder so kann das sein? Ja. Sie zumindest... Oh, wo sind wir denn jetzt? Die Aliens. Die Aliens haben es gebildet. Äh, also haben es gedingst. Was ist das denn? Oh, was ist das? Was bist du denn? Hallo? Das ist ein Hologramm. Ist das hier die Karte? Also eine Karte von hier? Ja, als 3D-Modell, ja. Das sieht so aus, ne? Aber man kann es nicht umschalten, oder? Da hinten ist auch noch eins. Lass uns mal hingehen. Lass mich aber, wenn das noch möglich ist, kurz ein Bild machen. Aber nur mit mir drauf. Nein, ordentlich. Da oben leuchtet auch... Warte mal, das Wasser dazwischen. Aber das ist ein Rätsel. Wir müssen erstmal hier weiterkommen. Dann lass mich kurz ein Bild machen, dann sind wir sofort... Äh? Hä? Wie sieht das so komisch aus? Hallo? Ich darf da kein Bild von machen. Was ist das denn? Eine Schweine. Ja, da ist das total verschwommen und so. Aua! Ich kann ja verstehen, dass ihr ein E-Bier ausschließen wollt, aber doch nicht mich. Oh, das sieht aber jetzt ein bisschen aus wie Star Wars. Ist hier unten auch noch was? Du hast alles kaputt, immer was? Warst du schon mal hier? Dann ist alles kaputt, irgendwie. Ja, dann warst du garantiert schon mal hier. Das sieht mir so... Das sieht mir wirklich so alienmäßig aus. Halt wie ein Raumschiff. Obwohl, naja... Ja doch, Raumschiff ist eigentlich gar nicht schlecht gesagt. Hallo? Schließ mich nicht aus. Ich will da auch rein. Was leuchtet das hier? Es ist rein. Oh, geh mal weg da. Nein, geh weg da! Ich hab das gefunden! Oh, was ist denn das? Ah, ich glaub ich weiß... Wie macht man das denn? Wie geht das automatisch? Ich hab deinen dicken Popo gesehen, wie da rausgelaufen ist. Ich hab das Kabel geklaut. Haha! Au! Lass mich rein! Der Ebi will mich kaputt machen! Oh, bin ich am Tisch? Stimmt! Da, da das Kabel darfst du jetzt... Da sind zwei Kabel sogar. Die darfst du dann machen. Guck mal, wie klein der Ebi ist! Frage ist nur, wie kriegst du das da oben rein? Du kannst ja nicht da hinspringen. Kannst du das werfen oder so? Nee, das muss nicht wo oben rein. Doch, da oben rechts. Da ist doch noch so ein Anschluss. Ach, da! Geh doch mal an der Seite hier! Ja, das ist deiner, nicht meiner! Wer hat den da hingestellt? Nee, da komm ich so nicht drauf. Mach das anders. Ich hab ne Idee. Das kannst du aber nicht mit dem machen, oder? Oder krieg einen Sauger? Mit dem Sauger müsste das doch eigentlich gehen. Geh mal ein Stück nach links. Okay, so geht's auf jeden Fall nicht. Wo ist er? Hallo? Nee, nee. Der war auf meinem Kopf. Warte mal! Ach, warte mal! Werfen! Linke Taste! Ach so! Ach, du musst aber genau treffen, dann. Ach, super. Nee, du musst ein bisschen drüber anvisieren. Wir sind jetzt aufgegangen. Aber nehmt an, oder? Aber hier, was ist denn hier? Oh, guck mal, da ist die Corbando-Zentrale da hinten. Ja, aber dann komm doch mit rein. Lichtgeschwindigkeit. Und jetzt? Ach so, hier sind wieder so Dinger. Ach du Scheiße, wie viele Dinger sind hier? Oh. Den musst du an... Hallo? Der muss anscheinend doch so richtig da hin. Eingeführt. Aua! Geht doch perfekt. Du musst da oben liegen. Oh! Ja! Wir haben Internet! Ja! Endlich. Aber... Aber... Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet, was er... Oh! Äh... Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist wahrscheinlich falsch. Hm... Wie kriegen wir die denn überhaupt wieder da raus? Ziehen. Können wir nicht. Hä? Wer ist das gemacht? Ja, ich kann ihn wieder abziehen. So eine Sau? Ja. Ja. Kann er nicht. Aber warte mal. Welchen denn? Welchen willst du haben? Hup! Was machst du da? Nicht alles kaputt. Den da! Was machst du? Wieso hast du den jetzt rausgezogen? es geht zusammen hier hinten sind alle rausgefallen oh hilfe! hilfe! äh... ach hier sind die! hier drüben ist... ach ne, das haben wir ja schon aber das geht doch nicht hier mal kümmern hier lese dir das mal durch ob man da irgendwas braucht ich guck gerade ob das eine Schalltafel ist wo man darauf sieht was wir probieren einfach mal oh wir probieren einfach mal alle durch oben, unten was ist wenn wir warte mal aua ich geh nicht raus und da da das geht nicht ach wieso und da da ah ah hier geht die Schür auf hilfe! wo ist mein Mensch die Schür auf 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 wir gehen auf ach so, das ist die andere Seite wir sind auf der anderen Seite ah was ist das? warte 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 das ist das Ende wahrscheinlich so jetzt mach ich will eine Bestätigung haben so Wasser wandern wir können auf Wasser wandern wir sind Jesus ja Sprinte auf dem Wasser zu äh warte ich war's nicht ähm bist du nicht einfach nur gesprint oder musstest du springen? oh ich hab vergessen zu drücken nein du musst achso du bist doch irgendwie anders da jetzt rüber oder nicht hey warum wie haben wir das wie hast du das gemacht? die Schiff-Taste musst du festhalten hu okay Moment ich hab keine Ahnung was ich grad gemacht habe können wir nicht einfach den Weg wieder raus gehen? müssen wir hier raus? nein aber warum geht das beim nächsten Mal nicht? achso das lädt sich nicht auf achso achso aber hier wird's oh ne das wird aber ganz schön eng ne schaffen wir das bis dahinten? das glaube ich nicht oder? warum geht das immer nicht? achso 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 jetzt fängt man wieder von vorne an das ist der Blut warum machst du so ne dicke Blutwelle? das mit dem Schub ist aber schon genial warte mal warte mal bis hier uuuuuh muss relativ lang laufen hier drauf und jetzt muss man rechts hin ich kenne mich an ne? oh nein 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 ich bin im Arsch aber es sieht cool aus Schatz ach man es sah cool aus es sah nicht cool aus nervt aber wie soll ich jetzt da hinten hinkommen? wollt ihr mich denn veräppeln? ich glaube das ist nur zum üben ich glaube nicht dass du da wirklich hin sollst ähm es war der Ausgang ja aber wie soll ich das denn machen? hallo alter Schwede warum geht das manchmal nicht? puh du musst beim Anlauf nehmen musst du schon merken ob das umgeschaltet ist oder nicht oder hältst du gedrückt? hohohohoho wie der Epi ja gerade mit einer Welle ankam das war der Epi das war die perfekte Welle lasst uns raus die perfekte Welle Aua ich will Aua äh kommst du mal? ja du machst immer die Tür wieder zu alle Spieler fortfahren okay lasst uns raus ich kann doch nicht mal dagegen hauen hallo? Schleuse? wollen wir erstmal mit dem Fahrstuhl fahren du rachst doch gar nichts echt jetzt? das ist doch so ein Fahrstuhl? ja hier ist ganz schön eblich unter der Erde erfürsche das Gewölbe im Grasland des Anbeginns hä wo sind wir denn jetzt? ja wieder da wo wir reingegangen sind ja meine ich doch weil achso das ist wenn wir quasi rein und wieder raus gehen kriegt man das äh ah ah ich weiß aber was wir in der nächsten Folge machen werden wir werden uns hier oben guck mal auf die Karte wir werden uns nach da oben verschlagen und dann werden wir wieder so eine Hypopathie machen und dann werden wir endlich mal gucken was hinter den drei Fragezeichen verborgen ist wir wissen ja dass das intellektuelle Jungs waren ne aber mehr wissen wir noch nicht jetzt sind die die da gestrandet ja wahrscheinlich sonst ständen da ja die drei Ausrufezeichen ne dass die Mädels da sind oh ist das schön wir haben Endgame Potenzial lalalalalala sollte ach ne die haben es sogar an ist das schön ich kann jetzt übers Wasser gehen also eigentlich können wir mehr so sliden ne ja so einmal gute Nacht und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Ciao zu schlafen ja hallo ich komm da nicht rein der mach dich kleiner geh doch mal weg du störst dir die vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren